Kann ich mich nicht bewegen? Hat mir gar nichts ausgemacht. Nicht eine Mine habe ich verzogen. Nicht eine. Aber eingeschissen habe ich mir. Ohne das Gesicht zu verziehen. Das musst du erst mal hinkriegen. Einfach laufen lassen. Einfach. Einfach blätschern lassen. Ja, mach mal aus hier, kack Ding. So, okay. Aber, okay, hier war nur das Radio. Aber sehe ich irgendwo Katzenständer? Nee, ne? Ist immer noch. Posche, die Wohnung. Und mal zurück zu dem Piano, ne? Was ist denn mit ihr? Weil da habe ich nicht gerechnet. Jetzt geht's klavier an. Ich habe Gänsehau gesau. Das blöde Potzau. Der hat mich drei, vier Mal hintereinander erwischt, ne? Und so vergesst. Okay. Hehehe